Lauen in der Tiefe der Meere noch Monster? Ich bin nur ein kleiner Gummifisch und ungefährlich. Eher selten frisst ein Fisch Menschen, aber umgekehrt ist es doch so, dass die Menschheit tausendmal mehr Fische frisst. Achten wir deshalb auf das Gleichgewicht in der Natur, das ist ganz wichtig für uns alle. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig.